Zuverlässigkeit und Leistungskraft Das sind die Merkmale des neuen Schwerlaststaplers FS160 IDK502 aus der Bayer Mietflotte Der robuste Schwerlastfrontstapler von Dosan ist der ideale Partner für anspruchsvolle und lastintensive Transporteinsätze Dank einem leistungsstarken 6 Zylinder Dieselmotor lassen sich Lasten von 16.000 kg heben und befördern Dabei erfüllt der Motor die Eurostufe 4 und verzichtet auf den Einsatz eines Dieselpartikelfilters Komplett ausgefahren erreicht der Triplexmast eine Höhe von 5 m, auf welcher noch Lasten von bis zu 14.535 kg transportiert werden können Ein sogenannter Freihub erlaubt es, Lasten auf bis zu 1,82 m zu heben, ohne die zwei inneren Mastprofile auszufahren Besonders in Umgebungen mit geringen Deckenhöhen stellt die Freihubfunktion einen enormen Vorteil dar 22.000 kg Eigengewicht wirken den gehobenen Lasten entgegen und stabilisieren das Flurförderfahrzeug am Untergrund Verschiedene Hindernisse wie Schlaglöcher oder kleinere Bordsteinkanten lassen sich aufgrund einer Bodenfreiheit von 27 cm problemlos befahren Die vorderseitige Zwillingsbereifung federt dabei leichte Unebenheiten auf dem Untergrund aus und unterstützt gleichzeitig die Tragfähigkeit Eine genaue Anfahrt an das Transportgut ohne überzählige Fahrmanöver gelingt dank hydraulischen Seitenschiebern Mit der hydraulischen Zinkenverstellung können die Gabeln präziser an unterschiedliche Lastbreiten angepasst werden Die Möglichkeit den Mast um 15 Grad nach vorne sowie um 10 Grad nach hinten zu neigen erleichtert nicht nur die Aufnahme von Transportgütern, sondern stabilisiert diese in gehobenem Zustand Mit einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 20 km pro Stunde lassen sich Lastentransporte zügig realisieren Insgesamt drei Getriebegänge können manuell oder mit Wechsel in den Automatikmodus selbsttätig geschaltet werden Besonders kosteneffizient gestaltet sich der Einsatz im sogenannten Eco-Modus Hier wird die momentane Drehzahl reduziert, was zu einer Treibstoffeinsparung von bis zu 5% führen kann Die direkte Hinterachslenkung ermöglicht einen Wenderadius von 4,62 m mit welchem wendige Fahrmanöver mühelos gelingen Konzipiert für mehr Stabilität und Komfort bietet die vollverglaste Zeus-Kabine ausgezeichnete Rundumsicht und ein übersichtliches Instrumentenfeld So hat der Fahrer dank entsprechenden Anzeigen im Instrumentenfeld einen hervorragenden Überblick zu Kühlwassertemperatur, Getriebeöltemperatur sowie Kraftstoffstand Für optimale Arbeitsbedingungen lassen sich Lenksäule sowie Fahrersitz verstellen Das große LCD-Farbdisplay informiert den Fahrer jederzeit über alle relevanten Parameter des Staplers Eine Rückfahrkamera sowie Panoramaspiegel garantieren eine optimale Rundumsicht Muss bei Rückwärtsfahrt doch mal nach hinten geschaut werden, punktet der Stapler mit einem hinteren Haltegriff sowie einer am Haltegriff platzierten Hubtaste Auch nach Sonnenuntergang verliert der Fahrer dank modernen LED-Scheinwerfern niemals den Überblick Abgerundet wird die Ausstattung durch eine Heizung, eine Klimaanlage und Sitzheizung Für den sicheren Einsatz bringt dieser Schwerlastgabelstapler ein Fahrererkennungssystem mit Dieses gibt akustische Warnsignale ab, wenn der Fahrer ohne Aktivierung der Feststellbremse den Sitz verlässt Sie haben Interesse an einem leistungsstarken Schwerlastgabelstapler FS160IDK502? Dann starten Sie jetzt Ihre unverbindliche Mietanfrage Das Bayer Service Team bietet Ihnen eine persönliche Beratung und erstellt Ihnen ein für Ihr Projekt passendes Angebot Das Bayer Service Team bietet Ihnen eine persönliche Beratung aus dem